Wenn das jetzt eine Frau wäre, würde ich sagen, die kleidet sich ungünstig. Wenn es rüde ist, würde ich sagen, er ist einfach nur fett. Komm, lass uns schubsen gehen. Komm mal nicht zum Krach hier draußen. Frisst die Katze auf Fisch? Frisch. Dann hat sie endlich wieder ihren gemütchten Wasser standen. Oh, wir haben nämlich niedrig Wasser. Niedrig Wasser, ja. In Fachkreisen auf Ebbel. Hallo. Wir sind hier oben, wie gesagt, die Sonne. Eventrum. Hinz verdunsen. Hinz verdunsen. Hinz verdunsen. Hinz verdunsen. Hinz. Ja, in diesem Sinne. Ja. Warte. Guck mal. Diese Klangfarben. Ich liebe es. Sehr schön. Willi. Ja. Das ist um 7. Ja. Das ist um 7. Das ist um 7. Ist schon 18 Uhr? Ja, das ist um 7. Ja. Habt ihr auch noch was, äh, diesem Tag hinzuzufügen? Scheißwerder. Alles ist schön. Scheißwerder. Ich bin Schnee. Ey, pass mal auf. Hier, guck mal, der Weihnachtsbaum ist auch schon da. Ja, da haben wir schon die Oster herabgeteilt. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Ach, ja. Ich werde immer schief hier, ne? So. Ui, da muss man immer aufpassen, dass die Warnung nicht auskippt. So, nächster Hundekampf. Ey, du hast ein Hängerohr. Tyson, Tyson. Sie ist jetzt 50 Euro auf dem Braugenhund. Wo ist denn unser Kampfhund? Tyson, du musst schon mal in eine Angriffsstellung gehen. Können Sie uns jetzt über Rasse Hunde oder Rasse Frauen unterhalten? Nicht kratzen, waschen. Ist der Stauschung, oder? Ich drehe, du hast ja auch. Ich drehe, du bist ja. Nee, schön, dass wir uns so unterhalten. Ich, äh, Konzentration. Ey, war die nicht eben schon mal hier. Ist das die gleiche? Lauf, Horace, lauf. Rechts, rechts, rechts. An der nächsten Kreuzung wird es rechts abliegen. Die beiden Herren da drüben versuchen jetzt schon seit geschlagenen, seit wann sitzen die hier? Haben die schon, haben die schon irgendwas gefangen? Nee. Aber der Herrick ist ja angeblich schon da. Aber der ist da. Aber nicht hier. Der eine. Der eine. Der eine. Fachgespräch. Das kommt dazu, die drei, die 30 Sekunden. Fachgespräch. Mehr Werbung geht nicht. Fossi, du musst weniger Pornos auf, äh, auf YouTube-Nakos. Nein, nein, Fossi, ich will sie nicht. Nein. Das musst du ja wissen. Mal vom Fachpersonal beraten, lass nicht von Leuten irgendwas dazwischen sagen. Das passiert, wenn man sich im Internet verabredet. Flirtportale. Jibbi. Stopp. Du bist so ein Alter. Ja. Ja. Nur jetzt. ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, die haben aber nur die Röte, weil wir ihnen einen saugen Witz erzählt haben Was bei einem wunderschönen Abend richtig spumantig Ramontisch Spumantisch ist ja auch schön Das ist mit Kopfschmerzgarantie So, was ist denn jetzt mit Schneemann bauen und so Hab ich doch schon Das habe ich gesehen. Ja, das hat so geguckt. Ach, vielleicht sah es das Kind auf dem Kasten. Das ist Rote Oktober, da war kein Kasten drin. Geh mal aus der Sonne. Du bist ganz schön braun, aber nicht von der Sonne. Nur weil ich einmal rechts gesagt habe, oder was? Einmal rechts ist immer noch dreimal links, oder wie man dann... Ja, kauf doch mal was an Wind. Dann geht noch was. Hommiskabel! Schnellschneidi! Ey, ehrlich mal, diese Abendstimmung, das ist ja zum Kotzen. Das ist ja total... Das geht nicht. Ist ja ekelhaft. Ich geht. Ich geht. Wie kippt jetzt die Stimmung? Ich glaube, wir müssen auch... Ja, es kippt. Es kippt. Es kippt. Es kippt. Perfekt. Okay, warte. Nochmal, bitte. Plusquam perfekt bedeutet, hätte gehabt haben wollen. Hey! Das ist auch mal sehr schön. Wir haben gehabt haben wollen. Fährst los, schließt an der nächsten, sowieso dann. Wir wollen doch auch noch... Schon alle. Das sind ja auch nur Erdbeere. Wir hatten ja glaubt haben... Die ist ja noch voll. Oh, sag mal jetzt wird's doch noch doll. Die ist ja noch voll. Ja, die wird ja auch nicht schlecht. Die können wir ja auch noch wieder mitnehmen. Sie sind ja auch noch Erdbeeren. Sag mal, wenn auf dem Bier immer draufsteht, mindestens haltbar bis 2014. August oder so. Und das ist aber schon nächste Woche alle. Nee, das ist bei dem Himmel-Nimalaya-Jug-Salz so toll. Da würde ich in Regenst gehen, auf jeden Fall. Das würde ich für die Firma-Vemplagen. Echt so. Schumi, machst du Lala hier oder was? Oh Gott, du bist ja so ruhig. Fossi, sag doch mal, das ist doch nicht zu ertragen, oder? Na, diese ekelhafte Aussicht hier. Das ist doch zum Kotzen, oder? Das ist nur Verschwendung, Speicher, 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 Verschwendung. Digitaler Höhe. Furchtbar, ich sag euch das. Kriegt denn Akkus leer? Ist ja auch gleich. Das sieht aus wie ein... Schönes Kostritzer mit der Erdbeeren. Das sieht aus wie ein Höfels, wie ein Höfels sieht das aus. Frei nach dem Motto, euer Elend kotzt mich an. Hey. Das ist mal Knappen. Bye Leute.